willkommen zu meinem neuen video heute zeige ich euch drei dinge die hasen fressen dürfen viel spaß mit diesem video man darf zum beispiel äpfel denen geben egal ob sie reif oder unreif man dürfte egal welche zeit geben also halt in diese zeit jetzt aber ab august ja und da könnt ihr sie eigentlich jetzt schon denen geben auch wenn sie ein bisschen unreif sind meine hasen mögen das auch sehr gerne wenn sie unreif sind und mitreif essen sie auch gerne und jetzt zeige ich euch die anderen dinge was sie fressen dürfen ihr habt kein passendes bild davon zum beispiel bananen dürfen zu fressen bananen ist also bananen sind sehr gesund und dürfen halt nicht so viel gefüttert werden vielleicht nur eine ganze banane aber nicht fünf bananen das gibt ja blähungen verstopfung meint ich jetzt zeige ich einen anderen schritt davon habe ich wieder ein passendes bild zum beispiel vier sich die dürfte man den geben die sind auch gesund für den man sollte aber den kern bevor man das den gibt raus tun weil das ist nicht gut ich hoffe euch hat meine drei dinge gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal tschüss